Hallo und Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Play von Craymond Manor. Und ich bin hier wieder zusammen mit dem Gast. Hallo. Ich bin ein bisschen drauf. Hallo. So hat er es so vorbei. Und letztens mal sind wir stehen geblieben in dieser Bibliothek. Und wir haben es natürlich geschafft. Und jetzt versuchen wir mal den Punkt zu lösen. Ein Buch ist jetzt schon drin. Da gehen wir ein bisschen. Ja, und dieser Typ ist da so unheimlich, weil der uns überall durch die Regale verbucht. Und das letzte Buch haben wir ja hier gefunden, Hünste 1. Um da voll anzunehmen. So, dann aktivieren wir das mal. Das hier sitzt da. Ach, oh, das habe ich ja gar nicht gedacht. Schickbar! Oh, schickbar! Das ist super. Was? Das ist auch gut? Ja. Oh, das ist das falsche. Oh, schickbar. Oh, schickbar. Oh, schickbar. Oh, schickbar. Oh, schickbar. Ach, dann gehen wir da mal. Oh, schickbar. Oh, schickbar. Okay, das war das Richtige. Oh, schickbar. Oh, schickbar. Oh, schickbar. Oh, schickbar. Oh, schickbar. Oh, schickbar. Oh, ne, danke. Ja. Seventacing boo. Ich weiß schon shells. Wow! Wow, wop. Hä? Nee, der hat ja gerade einfach teleportiert in den Sachen. Ist das da und sonst braut, oder? Scheiße, das war auch falsch. Ich hab dir versucht, er möchte. Wo ist der? Wo? Das ist doch ein Blutchen. Das ist unheimlich. Letztes Mal haben wir eben ohne Sounds gespielt. Und jetzt eben nicht Sounds, sondern jetzt spielen. Ja, das war das Richtige. Fuck yeah. Schau dir hinten hin. Und unten hin. Gremium. Ist das da abgehoben? Ja, das war auch das Richtige. Ja, ja, ja. Jetzt mal das aufgehoben, das ist jetzt passiert. Gott! Oh mein Gott! Nein, ich bin scha... Warte! 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 Ein Typ weniger! Warte! Warte! Der hatte jetzt einen zerbrückten Tod, würde ich mal sagen. Und wenn man das trocken kann, kann man das hier umsetzen. Okay. Und vielleicht so geht das wohl auch nicht. Pssst! Was ist das? Warte! Naja, es kommt hier rein! Naja, es kommt hier rein... Check it for you. What the fuck? Ich glaube, das Teil wird jetzt in die Bibliothek. Stimmt, haben wir schon einen anderen Tag? Ich muss irgendwie zu diesem weißen Raum kommen. Ich muss die anderen ruhig manipulieren und einen Weg bilden. Okay, das machen wir jetzt mal. Oh, oder? Ah! Und das? Okay, ich will mal schauen. Das stimmt ja gar nicht lieber rein. Vielleicht darf man diesen Schatt hier empfunden. Und dann muss ich den Schatten aufheben und nehmen das weg. Und warum legt das auf? Wissen Sie, man hat es mit Sicherheit nicht so gelegt. Und das stimmt sogar. Hm. Schaut das auf. Was war das eigentlich? Das kann ich auch nicht wegnehmen. Aber ich glaube, das ist das auch nicht. Oder vielleicht kommt der Badgemon. Ja! Das war sogar... Das war sogar... Das war so... Ich will die Leiter hoch! Ach, 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 ach! Das ist... Und wir können nichts mehr wegnehmen. Und das bedeutet, wir müssen jetzt durch die Bibliothek... ...durch den Schlafgang und... ...durch den Weinkennung. ...durch den爆. Oh, nein, dass wir zum Schatten haben... ...durch den Erbauten... ...maarhhh... ...nuss... ...nuss... ...sie nicht weg. Hm, hm, hm. Hm. Warum sind die da... ...wachen diese Glogenschein? Ah, das ist doch so. Hä? Scheiß Stuhl! Und dieser Sound! Nee... Also... Okay, das scheint ein Rätsel zu sein. Hm... Ich will nur mal, dass es noch mal mehrere verschiedene hat. WTF? WTF? Okay, man... Mehrere... Liar... WTF? 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 Ich will jetzt verstehen... Das Beste Gesicht ist das Selbstmord. Pfeira, Pfeira,까지... Das ist falsch, das ließen wir. In the rightmost frame. Versuche das mal. Und den am meisten rechts. Oh, das war sogar richtig. Oh nein. Das waren unsere besten Freunde, wir müssen jetzt trauen. Ich glaube, du musst auch ein bisschen lauter sprechen. Okay! Du gehst ja ein bisschen weiter weg, aber... Fuck! Zykalei. Immer dieses Typ. Und das tut mir schon für die leid. Also, hallo, warum hängen die da einfach? Das ist nicht gemeint. Ich glaube, die hängen alle ab. Das ist ein Wurf ins Blut. Oh mein Gott. Diese Sachen haben wir nicht mehr. Okay... Boah! Was zum... Das wird ja lustiger und lustiger. Also, da war im Buch stand, dass da irgendwer ein Kind ängstlich unter sein Bett schaut und der Teufel irgendwie da unten wartet. Scheiße! Scheiße! Warum sind die jetzt einfach verschwunden? Alter! Warum sind hier Messer und Sägen? Was zum... Was zum... Ja, du kannst doch lachen! So... Halt! Ah! Ah, das war der Puppensound. Der Stattelsound. Oh mein Gott. Du musst auch diese sagen. Ja. Das ist ein Stückchen. Okay, wir gehen jetzt einfach mal rein. Vielleicht nicht meine Blutempfang, so bisher glaube ich nicht. Du wirst, dass die... Die Glüse... Schönes Bild. Und da hinten leuchtet was. Ja, das ist nicht. 100% Immer wenn man etwas liest, dann ist es etwas Schlimmes. Was? Was also irgendwelche Obdachlosen... Ich denke, was passiert und da müssen Polisisten auch vollen oder so. Kann man einheben? Was sollte das? Ein Glüsen, Herr Schiff? Ich glaube, den Günderbüter... Ich glaube, den Günderbüter... Ich glaube, den Günderbüter... Ich glaube, den Günderbüter... Ich glaube, die Günderbüter... Ich glaube, mit dem... ... Einige Scheiße. Ja, 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 genau. Mal schauen, okay, was ist das? Hm. Okay. Wer? Was? Das hat den gerade getrunken. Ja, ja. Oh. Ich glaubte, was ist das? Was ist das? Wie ist das? WTF? Was ist das? Hier. Das ist mein Lai. Ja. Hallo. Ah, Mann, hör auf mich zu schlagen, dass du mich jetzt bei mir finden hast. Oh mein Gott, war es gut. Oh mein Gott, nein, das ist gar nicht lustig. Ich weiß nicht. Ich hab's schon einen Traum. Ich weiß nicht, da war es bei mir gut an seinen Händen. Es ist immer noch das wie Brot. Ah, ja. Warum kommt das jetzt jetzt per den Hebel? Dann klicken wir mal. Hören an! Es ist mir da. Aber es ist gleich da. Ah, das scheint ein neues Rätsel zu sein. Ja, das scheint ein Rätsel zu sein. Warum wird das Bildschirm rot? Jetzt weiß ich was. Ja, hallo und zurück. Ich habe kurz einen Schlick gemacht, weil meine Mutter gerade reingebaut hat. Und wir werden hier gerade vergaßt. Wer hat hier schon eine Gaskamera im Keller? Und ich glaube, ihr werdet sterben hier. Wir werden jetzt das festlösen. Das hat mit Höhen zu tun, oder so? Ja, ich glaube, ich weiß was. Du... Vorher hat da irgendetwas geläumt. Ich glaube, das ist deine Reihenfolge. Ja, und da du vorhin nicht hingeschaut hast... Ja. Schauen wir mal, was aufblinkt, wenn wir das einmerken. Okay, das war das Letzte. Dann gehen wir mal auf das. Ja, das erste Pfeffer! Gut, dann... Das ist ja das Letzte. Dann sollte das sein. Weil hier sieht man auch die Form drauf, die... Denk ich mal, ich weiß nicht. Perfekt! Perfekt! Dann sollte das... Oh, scheiße! Und das Letzte wäre dann das. Und schnell mal, schnell mal, schnell! Ja... Und das Gas... Ja... Verschwindet, als man das Name weiß. Weil wir noch einmal vom Leben mehr verlieren, obwohl es hier noch ist. Irgendwie interessant! Und dann in der nächste Reihe... Schwindet er, Mann! Das hat er! Ja, ne? Stimmt... Ja, ne? Stimmt... Ja, kommst du mal... Das ist... Da geht halt. Eine Spritze! Was zum... Trocken! Was ist das denn? Outlast! Oder was ist das? Ja, schöne Hände. Sieht einfach nach dem Schloss aus. Was ist das? Das Licht. Das ist ein... ein Spiegellabyrinth. Das ist voller Glaswände. Ah, das... das ist dir voll gestanden, dass du einen... Ja... Ja... Hier schmeckt es nach Butometall. Was? Er starben... Leute! Oh mein Gott! Was ist das für eine Scheiße? Das kommt wirklich nicht so ein bisschen vor wie Auflaufen, oder so wie ich was... Okay... Okay, das sagt also das für ihn... Aber das scheint so... Was sieht man hier? Das ist wie auf deinen Schatten. Okay... Hä? Irgendwie sieht man den Spiegel gar nicht drin... Oh! Wie ist das Rack... Ich weiß nicht, was es ist. Irgendwie ist das Rack... Es ist die Storz... Soide. Ja... Wo ist das Soide? Wo kommt das Soideen? Ah, jetzt ist es offen. Nein. Ich bin nicht weitergegangen. Aha. Noch ein Traum. Wie ihr gesehen habt, ihr steht hier wieder. Aber du hast noch weiter auf den Lagen, dein Papier. Was mit unseren sticky, klebrigen Knochen und der dünnen Haut, der Säge und der Hammer haben mich gefühlt, äh nein, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was das heißt. Wie frei, keine Ahnung, wie alt. Erdliche, erdliche Körper sind bestimmt, um zu roten, verroten. Roten. Was? 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 Ich glaube, es ist wieder aufgegangen, weiter ist. Okay, der Human Brain und mir ist aufgefallen, dass das Netzplay gleich zu Ende ist. Aber wir nehmen hier gerade ein Stück auf und wir laden es halt einfach verschieden. Da hinten, wo es durch ist, hat das einfach so ein Buch bekommen. Ist das einfach gut? Auf jeden Fall. Ja, das war's für diesen Part. Und ich will das sagen, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.